Wir spielen Überfall auf Monumente mit Melka. Wir haben keine Heiler, aber wir haben Deandermeister und Maikmeister. Noch einen goldenen Galt. Ähm, damit haben wir zwei Nahkämpfer, zwei Mittler und einen Fernkämpfer. Die Gegner haben auch keine Heilung. Ich dachte schon, das ist so schlimm, aber... ...ist ja nicht so viel. Auch Maik, auch Deandermeister dabei. Auch, na gut, Isaac ist ja angeblich kein Tank. Ähm. Sonst Fernkämpfern, die haben nicht so viel in der Mitte. Geben gar keinen mittleren. Auch Isaac ist ja... ...die ja mittlere Distanz. Na ja, mal gucken. So, da kommen schon die ersten. Ja, da ist doch mal Key oben. Mist. Ich glaube, da komme ich leider auch nicht hoch, ne? Naja, doch. Wahrscheinlich schon, aber... Huch, da ist... Doch. Benedikt! Mist. Nee, haben wir nicht getroffen? Äh, Mist. Oh, der Isaac war ja fast tot. Zack, getroffen. Oder? Für ein Kind? Das hat die... Meint die mich? Wer ist denn hier ein Kind, hä? So, da sind wir wieder. Und zweifeln und so tot ist natürlich nicht so gut. Äh. Den haben wir nicht mehr getroffen. Das war schon wieder der Marquis. Ich sehe einen Vogel! Auf Rakee! Boah, ist das... Kommt die sehr ungenau vor. Wahrscheinlich müsste ich viel näher ran. Willst du das nochmal versuchen? Weiß nicht, ob man die komplett wie Nahkämpfer spielen müsste. Unsere Feinde greifen ein Söldnerlager an. Ja. Äh. Okay. Ein paar getroffene. So. Nee. So richtig. Dabei habe ich ja angeblich schon so viele Spiele mit der gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich in der Zeit gemacht habe. Anscheinend habe ich ja gar nichts kapiert. Von der... Verbündete Leib-Eigene auf dem Feld. Stimmt, der ist ja gar nicht da. Es gibt ja Makers, die... Die macht es ja so gut. Nee, da war ja mal zurück. Bringt ja nichts. So, die... Lungen, die alle unten rum. Oh, da ist... Der Marquis ist schon wieder irgendwo. Das war nur ein Klon. Da oben steht vielleicht einer. Oh, der Marquis ist da. Muss man einfach da so ein bisschen rumkommen, um die zu belästigen. Aha! Der doofe Isaac. Hep. Miss. Läuft langsam auch das Gift aus, ne? Hep. Oh, das hat er gut geregelt. So, kann der... Wiss, jetzt kommt der... Der blöde Mike hier an, ey. Er hat ver... Nein! An der Ecke hängen geblieben. Ich hoffe, das reicht noch. Ja. Ey, krass. Ich muss sagen, ich weiß nicht mal, woran das liegt, dass ich so schlecht bin mit der... Mit Kaldarius, der hat ja auch kein Visier. Dass es vielleicht daran liegt. Damit komme ich ja auch zurecht, aber... Irgendwie mit ihr, ich habe keine Ahnung warum. Bleibeigenen Söldner im Einsatz. Warte, ich bin mir das nur einig, ich bin gar nicht so gut mit Kaldarius. Weil ich den Eindruck irgendwie nicht hatte. Das ist auch wieder von dem Mike. Das ist der doofe Marquis. Jawohl. Oh, da gab es sogar einen... Es ist. Hep hier. Für alle beide. So. Warte mal, ist meine Verbindung schlecht? Nee. Angeblich nicht. Dabei. So, der... Sollte eigentlich vergiftet sein jetzt, oder? Nee. Wer zeigt jetzt nicht. Mist. Nein, jetzt bin ich natürlich dagegen gesprungen. Jep. Und nochmal, und nochmal, und nee, und es klappt wie immer nicht. Vielleicht bin ich ja diesmal entkommen. Jawohl. So, bis jetzt hat noch keiner Schaden gemacht, aber es scheint mir so ein bisschen, als würden die mehr Druck machen als wir. Macht den der da? Ach ja? So, der Mike, der rennt aber ordentlich hier, ne? Naja, oh, das hat sie gewusst, ne? Er hat das gewusst, soll ich von da kommen? So, aber hier ist alles, hier ist alles gut. Ja. Komm, wir gehen einfach mal auf den. Nee, hier. Verbündete greifen einen leibeigenen Söldnerlager an. Hä? Nicht den markieren? So. Ja, hier geht es ein bisschen besser. Ja. Okay, da gab es noch ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, ich mache das komplett falsch mit, ich weiß es nicht. Irgendwie muss man ja mehr in den Nahkampf gehen, weil sobald die vergiftet sind, macht die ja so viel Schaden im Nahkampf. Zack, da ist ein Sist. Zack, jawoll. Jetzt alle drauf. Nix gekriegt dafür. Hab ich die anscheinend gar nicht getroffen. Zack. Ob das jetzt... Was wird, da ist ein Mike? Das ist noch eine Wumme. Das ist noch eine Wumme. Und noch so einer? Der Schnivel 5. Ja, den mal kaputt. Ist... Da ist nur der... Klon, aber die rennt hier nach oben, ne? Zack. Oh, richtig, hab gestaubt, aber war auch vergiftet von mir, also... War noch alles klar? Springt sie nach hinten? Nee. Füllt. Ja, das machen wir mal. Nicht gar nicht so schlecht. Er hat es doch bestimmt geskillt, dass das alles zurückkommt. Was ist das, der Markier oben? Nicht so weit weg, ne? Ja. Was ist denn da? Nee. Die Position markiert. Ist hier einer noch an mir dran? Weiß man nicht. Geh einmal zurück. Also inzwischen sieht's doch mehr so aus, als würden wir mehr Druck machen. Und ich frage mich gerade, wie die da hochgekommen ist. Ah. Naja, der blöde Marquis. Nee, 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 nee. Da ist jetzt auch sonst keiner vorne von uns. Das war mal eine ganz gute Sequenz, glaube ich. Kaputt. Nochmal Leute getroffen. Äh, das war... Die Kante. So, zack. Bam. Oh, das ist ja wirklich gut, dieses Teil. Oh. Da haben wir ihn. Nein, jetzt schafft es ja noch, ne? Nein. Die entkommt jetzt doch noch. Nein, sie hat's geschafft, ey. Okay, schade. Mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen, bis dahin durchzudrücken. Da ist gerade der zweite von denen gestorben. So. Zack, das war... Naja. Oh, und unser... Typ ist da. Wo kommt wir das? Der ist ja schon... Der ist schon tot. Okay. Ist der vergiftet? Da ist Schaden drauf, jawoll. Dann sind wir in Flug gegangen. Warte mal. Sehr gut. Eieiei, das ist ein bisschen gefährlich vielleicht. Wissen Sie, ich hätte den Stachel benutzen sollen. Nein. Jetzt kommt die Rache von denen, ne? Weil die durch sind. Und der hat's gemacht, ey. Da gab es einen Kill. Ach ja, schade. So, da haben die aber die ja noch rechtzeitig wieder rausgekriegt. Oh doch, da gab es einen Assist. Der kann sein Schild nicht benutzen, solange der so aussieht. Ach Mist. Da habe ich, glaube ich, gar nichts getroffen. Ne. Ist ja gerade noch, der hatte noch 19 oder so. Das war richtig wenig. Zurück. Oh man, jetzt sind die schon wieder drauf gerade. Aber sind ja auch gerade eine Menge angekommen. Doch, so einen kann ich gerade kaufen. Machen wir das. So, könnt ihr jetzt mal aufhören, da Schaden zu machen. Das ist nicht gut. So. Oh, abgestaubt. Aber ich habe auch vorbereitet. So. Ne. Ich weiß gar nicht, ob das unsere gerade war, die da so eine Sache geschrien hat oder die gegnerische. Der Isaac, wirft der das zurück? Ne, ne? Hat er gar nicht gespielt. Zack. Äh, Mist. Bin ich damit nicht. Ne. Sein Glück ist der Wächter groß genug. Den Treffer auf jeden Fall. Das ist er ja schon wieder. Ja, das ist nur der Klon, naja. Ne, kann ich noch nicht wieder... Oh oh. Ich hoffe, ich schaffe es. So, da kommt die Yander auf der Seite aber alleine. Ist nicht mehr angezeigt. Ist aber auch nicht gestorben, scheint. Das Mike. Ah, zieh dich mal zurück. Da sieht man noch... Doch. Benedikt ist da. Mal vielleicht mitmischen gehen. Ja, vielleicht doch nicht. Hep. Oh. Das war nicht gut. So. Oh, jetzt kommt doch nochmal wieder. Können wir den nochmal besch... Ja. Können wir kaufen. Ein eigener Wächter wird angegriffen. Äh. Ah. Na ja, die Schilder halten aber noch. Oh, abgebrochen. Jawohl. Da habe ich wohl gar nichts geholfen. Jep. So. Können wir hier umdrehen. Zack. De Yander. Ist die da noch? Nee, ne? Ne. Jawohl. Aber... Ich glaube nicht ganz für irgendwas. Mindestens an denen noch ein bisschen... Erfahrung. Oh nein. Kann ich so noch ein bisschen irgendwas mitmachen? Vielleicht. Ein neues Ziel nimmt Melkers Bewegungstempo zu. Giftdauer. Melkers Kugeln vergiften jetzt auch Ziele. Das ist ja gut. Das ist ja denn... Immer. Ich sehe Benedikt. Zack. Aber wahrscheinlich reicht eine Kugel zum Vergiften aus. Und dann... Dann war es das schon. Aber da ist der Marquis... Nee, nicht der Marquis, der Isaac. Zack. Ist ja richtig gut in Verbindung mit der... Hä? Sollte ich nicht eigentlich... Gesundheitsregeneration erhöht haben für alle Leute, die mit Gift betroffen sind? Dachte, sowas hätte ich mit Absicht geskillt. Okay. Oh, da kommen sie alle. Von der anderen Seite. Okay, also ich kriege mehr Gesundheit, habe ich gerade geguckt, und nicht Gesundheitsregeneration dazu. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oh, das muss ja wahrscheinlich aktiv sein, gerade. Das ist hier drunter. Okay. Nee, doch. Der hat es doch geskillt, oder? Rind da weg. Ja, das ist doof. Zack. Jawohl. Können wir nochmal hier. Äh, schade. Können wir hier nochmal Schaden machen, das finde ich ganz gut. Ist... Jetzt wurden die von... Der ist schon wieder getroffen. Das war nicht so hoch, wie ich gedacht hätte. So, da ist Benedikt schon wieder. Der ist so gut wie tot. Das ist ja immer so gut wegrennen kann. Mist, jetzt macht der das auch noch. Aber da ist der Schaden... Naja, noch nicht Schaden drauf, aber zumindest... wird angegriffen. In den Bereich sollte ich wahrscheinlich nicht rein. Ja, alles geht daneben. Zack. Ja, das war es jetzt wahrscheinlich wieder. Ich meine, noch führen wir. Und es sind nur noch vier Minuten. Aber... Das kann ja immer schnell gehen, ne? Und ich weiß gar nicht, warum... die das immer schaffen... uns direkt wieder da rauszudrücken. Wenn wir schon Schaden machen auf denen. Dass die das immer hinkriegen, bevor der Schild kaputt ist. So, einmal hier, zack. Guck mal, die kommen ja hier nicht drüber. Oh man, irgendwas macht da noch Schaden auf mich. So. Nee, das ist... Das reicht nicht aus. Oh, da ist der andere irgendwo. Okay, ja. Leiten wir ein. Schmittert der Mike. Der wollte bestimmt hier seinen blöden Skill machen. Das hält man noch. Bei wenigstens Benedikt habe ich getroffen. Zack. Oh, es ist... Okay. Der Isaac ist jetzt da. Da müssen wir aufpassen. Da ist Schaden drauf. Ich weiß nicht, woher. Ich kann eigentlich nix sehen. Zack. Mir ist... Herr, kann der mal kaputt gehen? Ja. Ich bin jetzt ein Assist. Ach, bestimmt, weil er voll aufgelandet war. Der hat dann Überschild gekriegt. Blauensprung. Erhöht Melkers Angriffstempo im Nahkampf hier kurz. Okay, mach mal. Wir haben da noch... Oh, der ist ja fast kaputt. Ha! Da haben wir dir anscheinend zumindest den Isaac abgedenkt. Die haben die Chance genutzt. Zack. Oh, da gab's das. Das... Oh, der andere auch noch ist die... Ne, das ist der Klon, ja. Ein natürlicher in den Augen erkannt. Ja. Wo bist du hin? Okay. Aber... Eine Minute. Dann kommen wir ja gerade so nochmal rein, ne? Jetzt sind... Noch 30 Sekunden. Oh, und die gehen drauf. Das ist ja nicht gut. Denn... Müssen wir mal hoffen. Oh nein, die machen Schaden. Oh, das ist ja doof. Und jetzt schaffen die es, ne? Die machen den... Die haben kaputt gemacht. Guck mal, können wir noch... Kill abstorben irgendwo? Ist hier noch einer? Hallo? Das ist keiner mehr von denen, ne? Wo ist noch Mike? Ne? Ne, drei Sekunden. Jetzt... Das weiß keiner, wer gewonnen hat hier. Niederlage. Als ob, ey. Wieder in den letzten Sekunden. Meine Herren. Also ich... Okay, wenigstens Level 15. Ich weiß es jetzt nicht mal... Ob die Gegner so krass waren. Die Söldnerinnen. Okay. Ähm. Ja. Zehn hat die... Ich hab drei. Drei, acht. Ja, wir hatten... Schlechtere. 40 zu 6... 18. Die hatten nix geschafft. Zehn, drei war auch gut. Ach, zwei. Okay, ja. Die hatten... Mehr Leute, die gut waren. Ähm... Okay, war... War ja verdient, ja. Wollte nichts sagen. Aber ich glaube, ich weiß, dass Melka nicht... Unbedingt so grottenschlecht... Na. Dann machen wir jetzt Schluss. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei... Battleborn. 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 Battleborn.